In der historischen Anschrift des Taras von Yaisa lesen wir weiter. Und wenige Tage später öffnete sich ein Unterschritt und das gibt es nicht mehr. Erstickt. Eine andere Geschichte erzählt, dass die Ziegen durch den Lärm, das früher wahnsinnig wurden. Das riesige Areal der Säule von Lava bedeckt ist, war, wie eingangs schon erwähnt, eine der fruchtbarsten Ebenen. Vorwiegend Getreide wurde angebrannt. Man könnte also von der Kornkammer der kanarischen Inseln sprechen. Alle in dieser Gegend gelegenen Gehöfte und Dörfer, zum Beispiel Timanfaya, Santa Catalina, Mancha Blanca, Villapalomas, Maretas, San Juan, Maso und weitere wurden zerstört. Diese kleine Grotte hier rechts ist die Grotte der Tauben. Das ist der Anfang von einer vulkanischen Röhre, die unter die Feuerwehr geschmiedet wird. Von vor haben wir den Barraco del Fuego, den Feuerfluch. Wie Sie sehen, hier kennen wir die Abwand, kann man die Flüssigkeit dieser Lava erkennen. Wir Vegetation haben, da haben wir natürlich auch Tierliebe. Die Wissenschaftler, die Sie untersucht haben, wie sie den Atomieren, das ich mir vorstellen könnte. Das war's.